Hi Freunde und herzlich willkommen hier bei ArchieGaming, Flo wieder am Start, heute gibt es die dritte Folge der BrowserPack2Glory und ich dachte wir machen es heute mal etwas anders, wir wollen heute rein starten und zwar einen komplett neuen Account und ich habe euch gesagt, hey BrowserPack2Glory, das wollen wir auf jeden Fall auf der Haupt-RTG gemeinsam angreifen, damit wir nicht doppelt quasi die Zeit reinstecken in zwei Accounts das ist ganz ganz logisch, heute wollen wir nichtsdestotrotz in einer separaten Miniserie in dieser BrowserPack2Glory Serie vielleicht machen wir zwei oder drei oder vier Folgen, je nachdem wie das heute hier auf jeden Fall ankommt, können wir das gerne weitermachen und produzieren Tipps und Tricks, Ideen, rein in die Kommentare gerne von euch und bevor wir rein starten ins Video, ich kurz das Modell euch vorstelle, könnt ihr gerne das Video supporten mit einem fetten Daumen nach oben, ihr wisst Bescheid, supportet, kein Maut, 500 Likes, hier raus und heute Abend geht es los mit der Team of the Group Stage Promo ja, heute Mittag dachte ich, was soll ich für ein Video machen, dann ist mir diese Idee gekommen, denn ich habe auf dem RTG Account momentan die 83 Plus Player Big SBC noch rumliegen ich wollte keine Packs öffnen, deshalb habe ich die schon gemacht und dementsprechend können wir auch keine BrowserPacks öffnen daraufhin habe ich dann gedacht, gehe ich auf meinem alten SBC Account rüber, da haben wir wahrscheinlich gleich ein paar Welcome Back Packs ja und da zeigt ihr euch einfach mal, wie man quasi von Null durch die BrowserPack Methode direkt durchstarten kann da werde ich euch das heute separat einmal zeigen in den ersten zwei Episoden haben wir uns vor allem um die Ligen SBCs gekümmert, wie man ordentlich Coins machen kann falls ihr die verpasst habt, checkt die gerne ab und wir werden natürlich in weiteren Episoden dieser Serie hier auf jeden Fall weiter darauf eingehen dann würde ich auch wieder die Kommentare vorlesen heute aber der Main Focus und ich weiß nicht, wie groß diese Folgen hier werden auf jeden Fall ich weiß nicht, ob eine halbe Stunde, 20 Minuten oder sowas vielleicht werde ich auch am Ende keinen Schnitt machen, sondern dann quasi einmal direkt einen One-Taker machen und vielleicht drei Episoden oder so daraus machen ich weiß es noch nicht, Freunde, wir starten einfach jetzt gemeinsam einfach mal rein also, wir starten jetzt wirklich in einen Account, der noch überhaupt nicht genutzt worden ist ja, und ich werde euch zeigen, wie wir von Null Coins ohne zu spielen, ja, Coins machen können denn es wird immer wieder, ob bei Instagram, ob bei Twitch im Livestream oder in die YouTube-Kommentare geschrieben sowas wie, ja, wie kann ich denn jetzt Coins machen? wie funktioniert das? ich habe nicht so viele Coins, wie kann ich denn jetzt BrowserPacks öffnen? ich weiß es doch nicht, wie, was und so weiter und so fort das werde ich euch hoffentlich heute alles detailliert erklären und das halt, wie gesagt, hier live ja, ihr werdet wahrscheinlich schon eine Nation gewählt haben wir werden jetzt hier beispielsweise einfach mal Deutschland wählen da empfehle ich in Bezug auf die SBCs ihr wisst Bescheid, SBC für mich immer ein Main-Faktor was, ja, einen Account angeht würde ich euch empfehlen, falls ihr komplett neuen Account startet heute noch oder ihr vielleicht gerade erst an Weihnachten FIFA bekommen habt und das Video, wie ihr jetzt hier gerade seht, nutzt Deutschland oder England diese zwei Nationen würde ich euch mal wärmstens ans Herz legen ja, also jetzt haben wir auf jeden Fall das ganze Team am Start da haben wir Live-Spieler, okay, wir müssen noch einen Live-Spieler machen genau, so sah das Ganze aus die Frage ist, was machen wir, Stürmer, ZM und so weiter und so fort keine Ahnung, gehen wir auf ein ZM von mir aus das wäre eigentlich, glaube ich, komplett egal, weil wir ja eh nicht zocken, Freunde können wir gerade draufgehen auf die Bank er war da nochmal auf der Bank Offensivspieler wahrscheinlich primär anzubieten ja, da müsst ihr oder da könnt ihr wählen, wie ihr wollt ihr könnt ja auch ein RM zum Beispiel hier wählen für Rudi beispielsweise kommen dann RMs vorgeschlagen ich denke, das kennt ihr wir wählen jetzt einfach mal Paul Pogba just for fun wählen, wie gesagt, wir wollen grundsätzlich eh nicht zocken, vielleicht mal kurz offline für irgendeine Objective-Geschichte oder sowas aber der Main-Fokus liegt, wie gesagt, jetzt mal von 0 auf 100 zu kommen deshalb werden wir jetzt oh ja, komm, ein paar coole Trikots können wir schon noch wählen einmal das in weiß und dann gerne hier auch ein schönes oh, die sehen gar nicht so schlecht aus die sehen gar nicht so schlecht aus also, da war hier das dunkle Leben von Leipzig so, Wappen nehmen wir jetzt zum Beispiel 1 aus der Bundesliga nehmen wir Borussia Dortmund und so, da haben wir den Verein auf jeden Fall jetzt schon mal beisammen und zusammen so, jetzt sehen wir da und im besten der Leihspieler wir sehen zwei Trikots präsentierte 80 plus seltene Stadion, Starter-Pack und ein paar Coins wenn man denn starten würde also ihr seht, hier ist wirklich gar nix hier ist wirklich gar nix drauf und ja, kann man die ernst nehmen hier, die Packs eigentlich ja nicht eigentlich ja nicht packen wir mal alles rein in den Verein hallo, danke, ich weiß, wie es funktioniert ah, genau Foot Ambassador, da kam mir dann nehmen wir gern Zorn mit zack, alles rein in den Verein und dann starten wir einfach mal rein hier mit den Packs und wir fangen an mit dem Stadion-Pack Starter-Pack warum, Freunde, warum? was ist da jetzt wunderbares drin? alles klar, Wappen und sowas und die können wir jetzt direkt diskarten werden wir aber gleich alles theoretisch durchgehen ähm, um Coins zu machen werde ich euch alles separat gleich zeigen hier haben wir auch direkt ein schönes reines Spieler-Pack würde uns bei den SBCs definitiv helfen hier direkt natürlich ein 84er den man anbieten könnte sag ich mal so ein bisschen überteuert für 4,4 ja und natürlich auch alle anderen Spieler natürlich theoretisch abchecken ihr braucht jetzt erstmal Coins, Coins, Coins da könntet ihr theoretisch jetzt auch hingehen und sagen alles verkaufen ich gucke mir aber gleich erstmal die aktuellen SBCs an ähm und dann werden wir das Ganze wie gesagt machen Wappen ähm und Trikots und sowas was ihr da eben im ersten Pack hatten das könnt ihr ganz entspannt diskarten schrägstrich verkaufen aber die zwei Packs haben natürlich jetzt schon mal geholfen was Goldspieler angeht dann auch wichtig immer das Preview-Pack mitzunehmen ja, es kostet euch nichts es kostet euch keine Zeit alles klar und da kommt direkt der erste Walkout Freunde wir sind 5 Minuten drin Alter what what was ist das denn was ist das denn für ein Start was ist das denn für ein Start das können wir dann direkt kaufen also wir müssen innerhalb jetzt dieser 24 Stunden auf jeden Fall 7,5 zusammen kriegen dieses Preview-Pack müssen wir müssen wir uns kaufen da haben wir dann schön Profit erstmal gemacht so jetzt spielen wollen wir auch nicht lernen und verbessern ja, ja, ja dankeschön dass wir jetzt hier weiterkommen so Team-Grundlagen auch ganz wichtig die am Anfang natürlich zu machen wenn mich EA hallo jetzt hier runter lässt genau biete ein Objekt an wer zum Beispiel Punkt Nummer 1 150 Münzen hätten wir dann schon mal und EA fühlt uns hier komplett durch als wären wir hier noch nie gewesen danke dafür so 150 Münzen sind auf der Uhr seht ihr und ich habe noch gar nichts gemacht ich habe noch gar nichts gemacht was wir aber jetzt machen können ist auf die Transferliste gehen und andere Silvac verkauft sich hoffentlich und dann können wir in die Vereins-Items und wir können hier wunderbar Discard wir können mal gucken ob die eventuell mehr bringen aber Freunde da wollen wir nicht drauf warten 485 Coins für sowas was wir vor Free bekommen haben ein Träumchen auch hier zum Beispiel Spielerjubel seht ihr hier könnten wir jetzt für ein bisschen mehr verkaufen aber wenn wir dann an die Steuern denken verkaufen wir das dann eher so äh Trikot alles andere dürfte jetzt untradable sein Verbrauchs-Items hätten wir theoretisch welche die sind aber auch untrade ja und dann haben wir wie gesagt die Spieler am Start die können wir theoretisch noch beziehungsweise die die tradable sind zumindest verkaufen ähm erst untrade am Start Vereins-Items sind wir eben schon durchgegangen also das der Start und wir haben jetzt 1600 Münzen ja Freunde und das was ihr natürlich jetzt macht ist nicht direkt Bronze-Sets öffnen sondern ihr geht rein in die Squad-Building-Challenges ja und da guckt ihr erstmal rein okay was kann ich machen ihr habt eine ja komplette Anzahl an Spielern und ihr müsst natürlich jetzt erstmal die SBCs freischalten dafür legen wir los mit genau Bronze müssen Torhüter reinstellen nein müssen wir nicht wir können irgendeinen boah Jungs EA äh irgendeinen Bronzenspieler egal welchen hier reinsetzen zum Beispiel ihn ja zack zack fertig aus Micky Maus diesen nicht mehr anzeigen zack und Glückwunsch dann haben wir Pack Nummer 1 ja und was haben wir da drin Bonus Pack in Bronze da gucken wir rein was wir haben und das wunderbare ist wir haben jetzt hier zwar keine tradable Geschichte aber wir haben wieder jetzt zum Beispiel Spieler Schrägstrich äh Verträge natürlich gewonnen boah das mit dem Preview Pack war natürlich ein fettes GG muss man sagen wie es ist ähm dann gehen wir rein in die zweite SPC zweiter Schritt heißt die und da müssen wir drei Spiele abgeben das können theoretisch wenn man Lust haben sollte wir können jetzt zum Beispiel Engelhardt die jeweiligen Positionen sein ich habe euch das in einem Video separat gemacht oder ihr könnt natürlich auch wenn ihr Bock haben solltet ihr seht jetzt hier zum Beispiel 8 Team Schmied 12 brauchen wir äh wir können jetzt auch irgendeinen random deutschen zum Beispiel nehmen der den Link bringt der F RF zum Beispiel könnten wir nehmen wir nehmen ihn jetzt nicht weil ich weiß den brauchen wir später noch für eine SPC ähm wir gehen jetzt zum Beispiel bei mir auf den ZOM von Kaiserslautern 17 Team Chemie Bronze Pack untradeable holen wir uns ab und verlassen Ultimate Team so jetzt können wir das Ganze abschicken Bronze Pack untrade wie gesagt bekommen wir auch das machen wir wieder auf 12 Items eins davon ist selten das hilft uns natürlich in Bezug auf die Squad Building Challenges und wie gesagt wir haben jetzt noch nicht gezockt und ihr seht es jetzt hier wunderbar Freunde liegen SBCs zwei Niederländische hier am Start direkt wir haben einen englischen ZM der auch noch sehr wichtig wird Südamerikaner haben wir auch direkt am Start und dann natürlich hier wie gesagt Items wenn die tradable wären könnte man hier wunderbar wieder diskarten wir packen sie einfach jetzt erstmal rein in den Verein denken nach wie vor wie gesagt an das Privile Pack machen aber jetzt erstmal weiter hier mit genau 3 äh bei Ländern Team Schmied mindestens 17 Anzahlspieler im Team sind 4 also müssen die Offensive ausfüllen wir gucken mal was haben wir auf der LM Position wir haben einen japanesen äh im ZOM haben wir tatsächlich einen aus der englischen Premier League den behalten wir definitiv auf der rechten Seite auch ein Japaner nein einer aus Österreich und dann gucken wir mal in der Offensive natürlich einen deutschen und dann theoretisch dürften wir nicht im ZOM sondern im Mittelfeld irgendwo bestimmt einen deutschen rumliegen haben und das ist der Fall mit Tempelmann und da haben wir auch die 21 Team Schmied also das diese SPC hoffentlich funktioniert diesmal perfekt da haben wir dann also die erste SPC einmal abgeschlossen legen wir los und meine Empfehlung natürlich jetzt nachdem ihr jetzt diese beiden Sets geöffnet habt geht rein in die SPC's fangt direkt erstmal an mit den Grundlagen SPC's ich hoffe euch das jetzt auf jeden Fall ein bisschen zeigen zu können in der nächsten Zeit hat natürlich jetzt nichts mit Bronze Pack an sich zu tun wir werden natürlich auch noch Bronze Sets öffnen wir werden das jetzt Step für Step wie gesagt hier durchgehen und es ist quasi so ein schrittweise lernen wie kann man was machen ohne großartig viel Zeit zu investieren logisch einfach handeln und Coins machen 1,7,5,3 haben wir jetzt auf der Uhr fast 2000 Coins wir haben zwei Packs die wir öffnen können und wer weiß je nachdem wie das Pack lag auf einer Seite ist wir haben es eben im Preview Pack gesehen kann natürlich auch ordentlich Profit und Coins drin sein aber dieses Pack hier wunderbar ist schon ein Träumchen guckt euch das an wir haben Campin MLS am Start wunderbar Niederländische Liga Saudi League auch dann haben wir hier Französische Erste Liga wollen wir mal kurz Preisvergleich machen Freunde ihr seht es er kostet auch so ein direkt 1000 Münzen ja und der Rest wie gesagt wunderbar wieder für SBCs wir packen alle Spieler rein in den Verein und machen das Zwei-Spieler-Pack auf natürlich könnt ihr jetzt dann während der Promo noch draußen ist alles klar schon wieder Flammen was ist denn da los das Pack öffnen und wir haben hier einfach Rashford Rashford 85er Rashford Freunde und den Account gerade eben gemacht vor 10 Minuten 5 Sterne 3 Sterne Rashford ja was willst du mehr Freunde was willst du denn mehr also ich muss euch wirklich nicht mehr sagen dass diese Methode Sinn macht natürlich könnt ihr auch das Privile-Pack Silber machen das machen wir später auch weil sonst läuft die Zeit natürlich dementsprechend auch noch runter wir wollen jetzt erstmal das Gold-Pack uns irgendwie erarbeiten 7500 Münzen brauchen wir dafür der nächste Schritt und ich weiß nicht in welche Reihenfolge wir das jetzt hier auf jeden Fall machen aber ist natürlich reinzugucken in die Objectives da werden heute Abend heute ist Freitag heute Abend werden natürlich wahrscheinlich auch neue wieder kommen zum Team of the Group Stage 5 Stunden ist hier noch zum Beispiel der Baku drin wir haben das Break-Fly-Day Ding gut das läuft natürlich jetzt aus liegt daran dass ich 6 Stunden vorher dieses Video mache grundsätzlich wenn sowas oder sowas ähnliche natürlich da ist gerne hier einen Draft-Token mitnehmen die Packs die for free sind untrade und darauf will ich hinaus natürlich aus den Objectives mitnehmen heißt zum anderen natürlich dass ihr zum Beispiel mal reingehen müsst in die Silber-Lounge in gewisse Dinge aber vor allen Dingen wenn ihr jetzt einen Account komplett neu startet und auch langfristig den als RTG nutzen wollt und Spieler aufbauen wollt dann empfehle ich euch eine große Sache und das wäre eine Sache die ihr wahrscheinlich als erstes machen solltet meiner Meinung nach und das sind diese ganzen Team-Grundlagen da sind einige sehr sehr simple Geschichten dabei also da würde ich auf jeden Fall McIntosh in ihre Devise die drei Spieler mitnehmen Uribe und natürlich dann auch die portugiesische Liga nehmt euch hier auf jeden Fall die Spieler alle erstmal mit und vor allen Dingen natürlich dann auch die Ligaspieler je nachdem wie der Zeitaufwand ist und die Laune aber das sind alle schon sehr 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 gute Spieler die ihr quasi for free heißt also für keine Coins die ihr auf der linken Uhr braucht da euch holen muss sondern für Zeit und die muss man logischerweise natürlich investieren gehen wir einen Schritt weiter und das ist jetzt zu den Grundlagen SBCs und ich habe es ganz am Anfang von FIFA auch immer gesagt Freunde die Bronze Packs sind gerade am Anfang sehr 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 wichtig natürlich sind die Bronze Packs jetzt auch gerade wo die Ligen SBCs da sind und es werden im Laufe der Zeit jetzt weitere SBCs noch kommen in den Ligen Tab auch sehr sehr nice aber vor allen Dingen natürlich für die Grundlagen SBCs das heißt wenn wir jetzt mal hier weiter gehen wir haben hier Player Picks Rewards wir haben zum Beispiel Packs Untrade Untrade heißt Mindest Rating am Start und auch Traded Packs vor allen Dingen natürlich dann wenn man die Grundlagen SBCs an Hybrid Nationen Liga Nationen Hybrid und so weiter und so fort denkt also dahingehend auf jeden Fall meine Empfehlung diese ganzen Grundlagen SBCs definitiv abschließen im Idealfall macht ihr die Sets auch noch auf während eine Promo da ist und da können wir jetzt beispielsweise mal reingehen in weiter geht's wenn wir den Bock haben und da können wir jetzt beispielsweise feste Felder uns mal anschauen das ist eine interessante Geschichte da haben wir Deutschland und englische Nationen als Brick Slots und wir können jetzt mal hier reinschauen wir haben kein ZDM als Engländer aber einen Engländer haben wir auf jeden Fall gezogen ich meine jetzt nicht in diesem Sinne Rashford sondern wir haben ja zum Beispiel wer ist jetzt hier untrade ich glaube alle oder alle untrade so sieht es aus wir könnten theoretisch hier wunderbar ein ZDM reinstellen passt perfekt eine Liga haben wir abgedeckt eine Liga haben wir abgedeckt Länderregion genau zwei das heißt wir dürfen jetzt noch nicht einen weiteren Engländer nutzen wir haben die Teamspiele fast schon voll und ein ZDM sind zwei was machen wir als nächstes richtig wir suchen uns einen Deutschen und das ist natürlich sehr sehr einfach weil wir wie gesagt die deutsche Nation ausgewählt haben da können wir auch gerne einen Silberspieler nehmen Skripsky oder wie er ausgesprochen wird von Kiel können wir mitnehmen Easy Game zwei Sachen die wir im Verein hatten und wir bekommen drei Boni ich hoffe Team wird überprüft das funktioniert alles sehr sehr gut zweimal Position Change Karten haben wir hier am Start und ein Pack das heißt ihr geht jetzt auf jeden Fall direkt einmal zurück und öffnet dieses Set und guckt was drin ist ein weiteres Bronze Set wir haben maximal logischerweise sind 64er drin und was haben wir ein Set OM aus der portugiesischen Liga japanische Liga Infanter Liga ist gut okay und wir haben sogar 200 Münzen sehr sehr nice das leider nicht tradable das Pack aber ihr seht die Coins auf der Uhr gehen links weiter hoch ja und dann gehen wir weiter Grundlagen SBCs weiter geht's korrekte Position da heißt es genau Ligen 3 wir brauchen Länder genau 3 Team spielen mindestens 12 heißt im Umkehrschluss Stürmer wir suchen uns vielleicht im Idealfall ein Stürmer schrägstrich allgemein Stürmer mal raus vielleicht sogar ein MS den es gibt wir sehen aber hier schon linker Flügel und rechter Flügel die sind uns auf jeden Fall schon mal sympathisch also die gucken wir uns auf jeden Fall an geben hier wieder ein Position Stürmer zack rechter Flügel und der linke Flügel so so jetzt haben wir die beiden am Start die machen wir gleich zum RF beziehungsweise zum RS vom RF zum RS und LF LS dafür sind die Position Modifikatoren die wir eben einkassiert haben im Sturm im Idealfall jetzt kein Goldspieler ich werde ihn jetzt trotzdem mehr nehmen ein T-Rodde wir könnten auch Mitrovic theoretisch nehmen er ist aber tauschbar das würde jetzt in diesem Fall nicht gehen wegen RF Deutsch das heißt wir müssen da jetzt einen anderen nehmen im Idealfall wie gesagt kein tradable nehmen haben wir hier eigentlich einen der untrade ist das geht leider nicht da nehmen wir einfach Mitrovic so und jetzt seht ihr jetzt 10 Teamschmi das heißt wir müssen den beiden Kollegen RFRS jetzt geben und LF LS zack ja ihr seht das Ganze einmal durch zack next SPC done und nächstes Pay im Shop und so geht das die ganze Zeit weiter ich denke das wäre auf jeden Fall eine coole Geschichte jetzt hier quasi im Dezember Richtung Weihnachten so eine kleine Miniserie zu machen und ihr seht hier Deutsche Liga ist da Niederländische Liga ist ebenfalls da MLS ist wieder da also ihr seht perfekt englischer Innenverteidiger der selten ist auch der kann in Puzzle SPCs wichtig werden also was will man mehr weiter geht's perfekte Verbindung treue Jungs wird schwierig da müssen wir abwarten ob wir da weitermachen können und ich glaube hier lassen wir es auch erstmal weg wegen den Silberspielern und dann gehen wir einfach mal weiter auf dem Weg nach oben denn die SPC ist auch sehr 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 simpel genau brauchst du mindestens acht ihr denkt euch gar Freunde es ist so simpel wie man hier direkt erstmal sozusagen Packs for free mitnehmen kann das ist der Wahnsinn wir können zum Beispiel den Japaner nehmen nächster Innenverteidiger Saudi League Deutsche Dritte können wir zum Beispiel nehmen und dann gucken wir weiter okay was haben wir Saudi League untradable kein Problem geben wir gerne ab werden wir bestimmt auf jeden Fall nochmal kriegen Zack Spielerwahl was haben wir maximal 80er Rating wir gucken rein wir sehen Innenverteidiger 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 Halstenberg haben wir schon bereits im Besitz wen nehmen wir mit nehmen wir Tambrosio warum nicht zack weiterer Innenverteidiger hier bekommen wir maximal Rating Gold ZM besserer Spielaufbau genau Bronze was müssen wir machen aha Mittelfeldspiele abgeben das müssen jetzt auch nicht unbedingt ZM sein wir können Mittelfeld ZOMs oder ZDMs zum Beispiel natürlich auch nehmen das ist eine Option wir gucken mal wir haben jetzt hier einige die sogar schon direkt ZM sind ich glaube aber jetzt wenn wir weiter gehen einen seltenen und einen silbernen können wir gerne ihn nehmen 12 Team Chemie let's go next one abgehakt nächste Player Pick SBC mal schauen was sie gönnt Chuameni kein schlechter oder wir nehmen einen Hofmann mit der natürlich in diesen Deutschland Squad reingehen würde wir nehmen aber mal Chuameni mit wie gesagt meine Priorität liegt nicht auf dem Spielen genau Bronze mindestens 9 und dann sind wir wieder in der Offensive unterwegs da weiß ich jetzt nicht ob wir dahingehend schon wenn wir in die Offensive gehen relativ viele Bronze Spiele haben obwohl wir jetzt hier den theoretisch schon hätten wir nehmen die zwei Koreaner LM und Torhüter und dann hier der rechte Flügel da könnten wir jetzt theoretisch auch hier den linken Flügel reinstellen da können wir den anderen für die MLS liegen SBC nutzen Freunde das war wieder einfach wie sonst was Spielerwahl maximal 80 zack auf dem Weg nach oben wir haben das ganze abgeschlossen und haben jetzt erstmal wunderbare Player Picks Maximal Ratings wie gesagt hier logischerweise können es jetzt hier keine riesen Big Pulls sein hier können wir aber jetzt theoretisch natürlich wieder liegen SBC Futter einsammeln können wieder auf die League Out zum Beispiel gehen Reikovic nehmen wir mit und hier haben wir ebenfalls wieder die französische Liga Jury und das wären natürlich jetzt weitere Spieler in denen wir wunderbar dann Meilensteine beziehungsweise Objectives im Allgemeinen einfach abschließen könnt Liga Nation Grundlagen auch das wieder extrem simpel ich würde aber sagen wir lassen es heute mal sein mit der ersten Episode wir haben fast 2000 auf der Uhr wir könnten schon theoretisch einiges abschließen und wir machen einfach bei der nächsten Episode weiter würde ich sagen und gucken dass wir dann innerhalb der nächsten 24 Stunden das ist jetzt erstmal unser Main-Ziel dieses wunderbare Preview-Pack mit Hummels und wer war es noch 84er war es ein 84er war es ein 85er wir gucken nochmal rein die Pack-Vorschau mit Piqué das stimmt 84er Piqué außerdem zwei Goldkarten irgendwie Verträge theoretisch Zuschauertafeln also das ist jetzt mal das Hauptziel und wir gucken rein wie die zweite Episode wird ich hoffe ihr schaltet wieder rein gerne die Glocke aktivieren lasst einen Daumen nach oben da wenn ihr daran interessiert seid und wir sehen uns heute Abend zur Team of the Group Stage Promo gerne wieder ich bin gespannt was rauskommt ich hoffe ihr auch bis heute Abend euer Flo von Archie Gaming Ciao Leute und wir sehen uns heute Abend